Hallo aus Schladming-Dachstein. Wir waren gestern den ganzen Tag mit den Skiern unterwegs. Es ist einfach mega schön hier. Hier gibt es eine Vierberge-Skischaukel, mit der kommt man mit dem Lift von einem Berg zum anderen. Natürlich haben wir es uns auch gut gehen lassen. Der Kaiserschmann war so ziemlich das Beste, was ich seit langem gegessen habe. Laura hat dann noch den Hüttenwirt beim Nageln herausgefordert und das Ding mit nur einem Schlag versenkt. Das haben wir ordentlich gefeiert. Das musst du einfach selbst erleben.